Bei Funktionen von R nach R hatten wir ziemlich viele Aussagen darüber, wie wir Ableitungen von zusammengesetzten und komplizierteren und aus einfachen Funktionen gebildeten Funktionen ausrechnen können. Also wie wir erstmal zeigen können, dass die überhaupt differenzierbar sind, aber insbesondere dann auch wie wir die Ableitungen davon berechnen können. Und das, was wir da kontrollieren konnten, waren die algebraischen Operationen, also Summen, Produkte und auch Quotienten von Funktionen und dann noch die Komposition. Und typischerweise Funktionen, die man hat, werden in dieser Art und Weise aus einfachen Funktionen zusammengesetzt. Und da wollen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir Ähnliches auch im Hördimensional machen können. Und bei den algebraischen Operationen, da muss man halt ein bisschen aufpassen, also die Summe, das ist natürlich, das macht Sinn. Aber Produkt oder auch Quotient, das ist dann nicht mehr so ganz klar und das kann man dann nicht mehr in der vollen Allgemeinheit formulieren. Von daher möchte ich mich hier jetzt einfach nur auf die Summe beschränken, dass wir uns die angucken und dann werden wir nachher die Komposition angucken. Und das ist natürlich die interessanteste Sache. Aber gucken wir uns erstmal die Summe an. Die ist eigentlich trivial, das war ja auch im Eindimensionalen. Die Ableitung von der Summe ist einfach die Summe der Ableitungen. Das sollte hier natürlich auch gelten, aber überlegen wir uns erstmal, ob das überhaupt Sinn macht als Aussage. Und zweitens natürlich, ob wir das auch mehr oder weniger sehen können, mit Hilfe von unserer Definition. Okay, also wir gucken uns die Summe an. Und das macht allgemein im höherdimensionalen Sinn. Das heißt, ich gucke mir halt eine Abbildung vom M ins N-Dimensionale an. Gut, definiert nur auf einer Teilmenge. Ich gucke mir U von R hoch M und ich gucke mir jetzt zwei Abbildungen an. Nennen wir die mal F und G. Also ich habe ein F, das ist auf U definiert, geht nach R hoch M. Und ich habe eine andere Funktion G, die ist auf der gleichen Menge definiert und geht auch ins N-Dimensionale. Ich gehe von M nach N, das hier ist N. Und die zweite Funktion geht auch dahin. Also die Bilder müssen natürlich in den gleichen Raum gehen, damit ich sie addieren kann. Aber addieren ist ja genau das, was ich machen kann. Multiplizieren ist ein Problem. Zwei Vektoren im R hoch N, die kann ich normalerweise nicht multiplizieren. Also da macht die Produktbildung von den Funktionen F mal G im Allgemeinen gar keinen Sinn. Wenn eine Funktion nach R geht und die andere nach R hoch N, dann kann ich das machen und dann kann ich auch mehr oder weniger die übliche Produktregel hinschreiben. Aber wenn ich es wirklich ganz allgemein machen will, dann macht eigentlich nur die Summe Sinn. Und die können wir uns jetzt hier mal angucken. Also für diese Situation. Definieren wir die Summe. Die Summenfunktion, also F plus G. Das ist jetzt eine neue Funktion. Die ist natürlich auch auf U definiert. Geht in den R hoch N. Und wie ist die gegeben? Natürlich dadurch, dass ich einen Vektor X abbilde auf F plus G an der Stelle X. Und das definiere ich natürlich einfach so, wie wir das üblicherweise auch bei Funktionen in R gemacht haben, dass ich einfach das F von X nehme und da addiere ich das G von X dazu. Also die Definition ist halt punktweise. Für jedes Argument werte ich die Funktion aus und mache genau dann die Operation, die ich halt machen will. Und hier, wenn ich in den R hoch N gehe, die einzige Operation, die ich allgemein machen kann, ist halt die Vektoraddition. Gut, ich kann es noch mit dem Skalaren multiplizieren. Das will ich jetzt hier mal weglassen. Können wir hier auch machen, dass ich hier noch mit Alpha und Beta multipliziere. Aber das lassen wir mal. Und ja, multiplizieren kann ich dann hier im Allgemeinen zum Beispiel nicht. Weil ich lande hier im R hoch N und dann bräuchte ich im R hoch N eine Multiplikation. Gut, die habe ich nicht im Allgemeinen. Von daher geht es nicht. Aber die Addition ist natürlich kein Problem. Die kann ich so definieren. Und jetzt sollte es natürlich so sein, dass wenn jetzt F und G beide differenzierbar sind, dann sollte auch die Summe differenzierbar sein. und die Ableitung von der Summe sollte die Summe der Ableitung sein. Aber gucken wir uns das mal an mit Hilfe von unserer Definition, ob das wirklich so ist und ob wir das auch wirklich sehen. Also die Aussage ist, wenn F und G beide differenzierbar sind und wir gucken uns jetzt nur einen Punkt an, weil für die Summe sollte es ja dann auch an dem Punkt gelten. Also wenn ich annehme F und G, so den Punkt X, der natürlich im Definitionsbereich liegen soll, da sind die differenzierbar. Dann behaupte ich, ist auch die Summe differenzierbar. Und das wollen wir uns jetzt überlegen, warum das der Fall ist. Also was müssen wir machen, wenn ich zeigen will, F plus G ist differenzierbar? Ich muss eine lineare Approximation dafür finden. Das heißt nach der Definition muss ich mir die Funktion F plus G jetzt angucken. in der Umgebung von dem Punkt X, das heißt zu X addiere ich irgendwas dazu und muss gucken, dass das jetzt die Funktion an der Stelle X plus ein linearer Anteil ist, plus noch irgendwas, was gegen Null geht, schneller als linear. Gut, aber schreiben wir uns mal hin, was es ist. Also F plus G an irgendeiner Stelle ist ja nach Definition F an dieser Stelle plus G an dieser Stelle. Gut, für F und G habe ich jetzt natürlich diese linearen Entwicklungen um den Punkt X. Das heißt, das F von dem weiß ich, weil es differenzierbar ist an der Stelle X. Das kann ich schreiben als F von X plus die Ableitung. Also es gibt diese Ableitung, die nennen wir ja dann D von F oder D F angewandt auf den Punkt XI. Und dann habe ich halt noch irgendwas, das nenne ich jetzt mal R1 von XI, das halt schneller als die Länge von XI gegen Null geht. Also das geht noch gegen Null, selbst wenn ich es durch die Länge von XI dividiere. Das heißt halt, dieses Ding geht gegen Null, aber schneller als dieser Term. Das Linear gegen Null gehen, das steckt in diesem Term hier drin. Gut, das habe ich für das F und für das G habe ich natürlich das Gleiche. Wobei hier halt die Ableitung von G auftaucht, angewandt auf den Vektor Xi. Und ich habe noch einen Rest, den nenne ich jetzt R2, der halt auch gegen Null geht. Ja, und jetzt kann ich das natürlich hier zusammenfassen. Also was ich jetzt hier habe, ist natürlich Fx plus Gx. Und das ist ja nichts anderes als F plus G an der Stelle X. Und dann habe ich halt das D F plus das D G angewandt auf Xi. Das ist also hier D F plus D G angewandt auf Xi. Das hier ist ja die Summe von zwei linearen Abbildungen oder konkreter gesagt die Summe von zwei Matrizen. Und die Summe von zwei Matrizen, wenn ich die auf den Vektor wirken lasse, ist natürlich nichts anderes als die Wirkung von der ersten Matrix auf den Vektor plus die Wirkung der zweiten Matrix auf den Vektor. Gut, dann habe ich das hier und dann habe ich natürlich noch diese Terme, diese Korrekturtherme R1 von Xi plus R2 von Xi. Jeder von denen geht schneller als linear gegen Null. Und natürlich damit geht die Summe, die ich dann zum Beispiel R von Xi nennen könnte, die geht halt auch schneller gegen Null. Ja und damit habe ich genau das, was ich brauche. Ich habe nämlich F plus G um den Punkt X habe ich geschrieben, äh hier oben, F plus G in der Nähe von dem Punkt X habe ich geschrieben als den Wert an der Stelle X plus was Lineares angewandt auf das Xi hier. Und dann noch ein Rest, der hinreichend schneller gegen Null geht. Ja und wenn ich das so schreiben kann, dann heißt es, dass das Ding differenzierbar ist und die Ableitung ist genau der lineare Operator, der hier steht. Gut, also, damit haben wir also gesehen, dass das F plus G in X differenzierbar ist und wir haben aber auch die Ableitung identifiziert, weil wir haben ja gesehen, die Ableitung ist ja das lineare Objekt, das hier steht. Also die Ableitung von F plus G ist genau das, was da steht und das ist ja nichts anderes als DF plus DG. Und damit habe ich also wie im Eindimensionalen die Aussage, dass die Ableitung von der Summe ist die Summe der Ableitung. Nur die Ableitung sind jetzt nicht einfach nur Zahlen, sondern das sind Matrizen und die Summe ist zu verstehen als die Summe von zwei Matrizen. Aber das ist ja okay. Das sind ja Matrizen von der gleichen Größe, weil die Funktionen gehen ja vom gleichen M nach N. Also beides sind N mal M Matrizen, die kann ich natürlich addieren. Gut, das zeigt also, dass zumindest von der linearen Struktur her alles genauso ist wie im Eindimensionalen. Von der multiplikativen Struktur her ist es halt ein bisschen komplizierter oder es gibt nicht so allgemeine Aussagen, was aber im Wesentlichen daran liegt, dass wir die Funktionen eigentlich im Allgemeinen nicht miteinander multiplizieren können. Also es ist nicht so, dass wir das Produkt haben, aber die Aussagen über die Ableitung werden komplizierter, sondern es ist halt so, dass man halt die Multiplikation von Funktionen im Hochdimensionalen nicht allgemein formulieren kann. Und da, wo man es formulieren kann, da sind die Aussagen natürlich analog wie zum Eindimensionalen.